Ist das krass, was heute da wieder abging. 3-2 gewonnen. Also, ich glaube, ihr habt es vielleicht auf Insta auch schon gesehen. Ich weiß nicht in der wievielten Minute der Nachspielzeit. Ich glaube in der 16... Ich weiß gar nicht, was mit diesem Schiedsrichter los ist. Wir hatten schon mal ein Spiel bei ihnen. Und da wurde auch mindestens 20 Minuten nachgespielt. Diesmal aber zu unseren Gunsten. Wir haben in der 107. Minute oder so einen Elfmeter bekommen. Der kein Elfmeter war. Das war kein Elfmeter, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da gesehen hat. 90. Minute ist gut. Schön, dass da 90. steht. Ich schwöre, das war 107. Minute oder so. Schön, 17 Minuten Nachspielzeit. Solange bis die Läge gewinnt, traurig. Selbst eure eigenen Fans sagen im Stadion, sagen im Stadion, es ist unverdient. Da war aber Miss Maya Sophia ganz schön sauer hier. Miss Maya Sophia. Was ist denn da los? Miss Maya Sophia. So lange bis die Läge gewinnt. Traurig. Selbst eure eigenen Fans sagen im Stadion, es ist unverdient. Vorher nicht unverdient. Ich schwöre, die haben, glaube ich, einmal im Spiel aufs Tor geschossen. Ihr werdet sehen, wie morgen die beiden Tore passiert sind. Das war echt ein Bruch. Also, wir haben 2-0 geführt. Die Gegner waren 0,0 Prozent da, wie in den meisten Spielen. Da müssen wir das 3-0 machen. Also Ali schießt aus 5 Metern an die Latte und Dori im 1 gegen 1 voll verkackt. Der hätte auch einfach rüberlegen können. Dann kriegen wir ein 2-1 gegen Tor. Flanke aus 40 Metern. Die hatten Freistoß. Unser Torwart kommt rausgerannt. Springt unter den Ball rein. Also wirklich da drunter. Und er ist einfach reingeflogen. 2-1. Zweites Tor. Langer Ball von denen. Also Wiesel, unser Torwart, also Rück, ich glaube es war ein Rück, nee. Pass von denen. Wiesel kommt rausgerannt. Trifft den Ball nicht richtig. Schießt den Gegner. Den Ball sozusagen in die Füße. Haben die den Ball, Digga, das Tor. Dann haben die den Ball so aus 30 Metern. Er schießt aufs Tor. Wiesel fällt beim Rücklaufen hin. Stolpert sozusagen und der Ball geht rein. Beim Rücklaufen in seinem Tor zurück. Sonst wäre der auch nicht reingegangen. Also er ist hingefallen beim Zurücklaufen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Und dann hatten wir wirklich viele Chancen, das 3-2 zu machen. Dann hatten die nochmal eine echt große Chance. Da hat Wiesel gehalten. Und dann haben wir in der 107. Minute einen Elfmeter bekommen, der kein Elfmeter war. Das stimmt. Brauche das als Video. Ja, das kommt morgen, Digga. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Marcel, Malate und Patz. Danke für die Subs. Kreisliga in einem Video. Das klickt doch mal nach Kreisliga. Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Oh, jetzt kommen wir hier Hater. Heute ist das Pferd leider nicht so galoppiert, wie es sollte. Kein Problem. Oh, Macher, Zwetschke. Wenn der Typ ein Panenka gemacht hat, will ich nicht wissen, wie hoch der Pils vom Gotti an der Seitenlinie war. Nein, Sydney war auch sehr sauer. Sydney war auch extrem sauer, muss man sagen. Das Hinspiel war schon so knapp, oder? Was die Leute halt hier auch vergessen bei Delay ist, wir haben alles gewonnen. Das ist jetzt keine Kunst in der Kreisliga B. Aber wir merken, dass die Mannschaften gegen uns natürlich immer extrem motiviert sind, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und dass wir in der Liga gerade wirklich, man merkt das voll, die spielen so dahin. Also, wir haben keinen richtigen Konkurrenten, wir werden Meister auf jeden Fall. Wir werden aufsteigen und nächstes Jahr, keine Ahnung, wir haben jetzt 19 Spiele, 19 Siege. So, wir haben alles gewonnen. Wir haben auch in der letzten Saison alles gewonnen. Wir merken, dass so langsam, aber sicher, also besonders in der Staffel, in der letzten Staffel war noch Grunewald da. Und ich schwöre es dir, fußballerisch sind hier alle genau gleich wie letztes Jahr. Also, es gibt da kaum einen Unterschied. Aber das Mindset der Gegner hat sich irgendwie ein bisschen geändert. Das hat sich alles ein bisschen geändert. Die sind nicht mehr so, lass uns nach vorne spielen und versuchen rumzustänkern, sondern lass uns auf Zeit spielen, lass uns hinschmeißen, lass uns hinten zu 11 reinstellen und lass hoffen, dass irgendwann mal ein Torwartfehler passiert oder dass wir einen Elfmeter bekommen. Irgendwie sowas. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das ist sehr kräftezehrend für unsere Spieler. Und da sag ich ganz klar, das ist ein Problem von unseren Spielern. Lasst euch doch von sowas nicht nerven. Nach dem Spiel kommen dann die Leute zu mir von uns, also die Spieler von uns zu mir und sagen, oh Eli, heute hat wieder gar keinen Bock gemacht. Da sag ich, Bruder, das würde so viel Spaß machen, denn ich hätte so Bock drauf, wenn Gegner auf Zeit spielen und unfair sind und unsportlich, die sportlich gesehen völlig abzuknallen, also die richtig nach Hause zu schicken. Das wäre die größte Genugtuung für mich. Und ihr heult hier rum, dass sie auf Zeit spielen und euch in die Beine springen und so. Da sag ich, das ist doch geil, wenn ihr euch dann sportlich rächen könnt, oder nicht? Was ist das für eine Kacke? Das mag ich nicht, das sag ich dir noch immer. Also es liegt nicht an den Gegnern, dass die sich hinten reinstellen, das war letztes Jahr auch schon so. Es merkt, du merkst sehr stark, dass sich so ein paar verletzt haben halt, ne? Wir spielen halt, ne, also wir haben immer noch gute Jungs da vorne, aber es ist halt ein Unterschied, wenn so ein Bilo nicht auf dem Platz ist, wenn ein Maike nicht auf dem Platz ist, auch wenn ein Dori nicht auf dem Platz ist und so. Wenn ein Ligiello vielleicht nicht auf dem Platz ist. Ich sag dir ehrlich, die sind besser als ich, aber ich hatte das Gefühl, als ich gespielt habe, dass die so sich mehr angestrengt haben, um mir einen aufzulegen. Komisch, schwierig zu erklären. Die sind ja alle besser als ich, also die spielen ja alle besser. Die sind schneller als ich, vielleicht sind sie nicht smart am Kopf, das sag ich ganz ehrlich. Fußballerisch, ich weiß, wo ich mich bewegen muss. Aber ich hatte das Gefühl, die wollten unbedingt noch ein Tor machen und noch ein Tor machen und vielleicht mir noch einen auflegen, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht. Weil die wussten, dass ich mich fünf Jahre verletzt hatte und Spaß daran hatte. Jetzt gerade ist das wirklich so, dass du mehr denkst, dass du so denkst, ja gut, ihr seht es ja, wir haben schon so oft heute in dieser Saison nicht wirklich performt. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, 113 zu 10 Torverhältnis. Hört sich gerade so an, als hätten wir fünf Niederlagen am Stück. Aber ich bin halt ein Präsident, der sofort das Problem am Schwanz packt. Ja, ich gebe euch aber Brief und Siege, nächstes Jahr wird es anders aussehen, weil in der Kreisliga A gibt es Mannschaften, die wirklich gut sind. Da gibt es wirklich viele, viele Mannschaften, die wirklich was drauf haben. In der Kreisliga A fangen übrigens schon die ersten Mannschaften an zu bezahlen. Lustiger Funfact in Berlin. Ja, und ohne die Grüneweiler Jungs hätten wir dieses Jahr auch ein Problem, sage ich euch auch ganz ehrlich. Klar gehen da sehr viele Verletzungen rein, aber wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall etwas machen müssen, weil die Verletzungen, die reingekommen sind, das waren keine normale Verletzungen, sondern es sind Verletzungen, die wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Jungs erstmal nicht zurückkommen. Kreuzbandriss, Meniskusriss, Achillessehnenriss, alles dabei gehabt. In wie vielen Jahren denkst du, ist Delay angekommen, wo sie sein wollen, beziehungsweise erstmal Konkurrenz. Was meinst du mit Konkurrenz? Wo wir mehrere Spiele haben, wo wir mehrere Spiele in der Saison verlieren. Das wird, denke ich, in der Bezirks-Landesliga passieren. Ich denke, nächstes Jahr, wir sind immer noch extrem gut. Wir sind da unterfordert in der Kreisliga B. Ich denke, dass es einen Halt geben wird in der Landesliga. Ich glaube nicht, dass wir in der Landesliga direkt aufsteigen werden. Verbandsliga werden wir uns, denke ich, auch eine längere Zeit aufhalten. Kommt ein bisschen darauf an, was für Leute kommen, wie groß das Projekt ist. Ja, aber ich träume groß, meine lieben Freunde. Immer jede Saison, die wir spielen, jedes Spiel, was wir spielen, möchte ich gewinnen. Wir haben mit den aktuellen Kaders schon gegen Oberligisten gespielt, die uns nicht komplett abgeschlachtet haben. Also wo wir dann mit drei Toren Abstand verloren haben, wo wir wirklich einen guten Job gemacht haben. Auch nicht gegen Absteiger-Oberligisten, sondern gegen gute Oberligisten. Und gegen Verbandsligisten haben wir teilweise schon knapp verloren, beziehungsweise unentschieden gespielt. Landesligisten haben wir immer aufs Pokal rausgehauen. Also wir, wir, und das war, wir kriegen das, denke ich, schon hin. Wir kriegen das hin. Das ist ein langer Zeitraum. Ja, mal gucken. Ab Landesliga fängt es richtig an und wird maybe spannend. Ja, also ich sage auch, Bezirksliga auch, mein Freund. Die Bezirksliga in Berlin ist da, die knallt auch schon gut rein. Gibt extrem viele, Berlin hat wie viel? 3,5 Millionen Einwohner. Also hier gibt es so viele Kicker, die was drauf haben und die dann einfach runtergehen in die Unterung. Los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017